Hey Leute, willkommen zum weiteren Video. Ja, wir sind momentan im Urlaub, das heißt ich kann keine Videos aufnehmen, da ich mein Laptop nicht mitnehme zum Schneiden. Dafür wird aber jeden Tag ein oder mehrere Shots auf dem Kanal online kommen, also seid gespannt, abonniert, bleibt dran und nächste Woche Montag geht's dann wieder mit Videos los. Bye! Bis zum nächsten Mal.